ja gut ach ja was war denn hier gestern los hier beim promi big partner hier willi wie hat er rumgemacht hier ausgeflippt ist er hier hat gesagt ich zieh den fummeln nicht an ich will raus hier ich will weg vom container schalt sie nicht mehr aus hier was war denn da los hat er die nerven verloren oder was hier du ich hab geguckt hier du ich hab gedacht hier willi was möchtest du hier treffst du jetzt hier oder was hier willi hier und dann hier die dings hatten ja wieder bis ich da zur ruhe gebracht gesagt hier willi komm mach hier du schaffst das und so und da hat er willi gesagt hier hast recht hier komm ich guck doch mal so und so aber der ist für einen kurzen moment das amok gelaufen hier in dem container hier von einem zimmern raus 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 ich will keinen fummeln der willi drehe ich keine weiberkleide hier ich hab geguckt hier du ich hab gesagt was denn jetzt los hier mann hier du ich bin noch mal gespannt hier wie es weiter geht du ob der die ruhe jetzt behalten kann oder ob der wieder durchdreht hier also ich finde den am ozden willi aber hier da hab ich geguckt hier du ist jetzt los hier jetzt guckte es dann später guckte es auch wenn er wollte also bis dann hier macht's gut leute hier also bis dann hier macht's gut